Wie sieht mein Haar aus? Kräftig. Sehr kräftig. Mein Haar ist so kräftig, es könnte ein Auto über einem Baby hochheben. Aber mindestens. So will ich das hören. Bildung ist unsere Zukunft. Farmer sind das Rückgrat unserer Nation. Danke. Frauen. Veteran. Philippinische Karussellbremser sind das Rückgrat dieser Nation. Salamat. Cam Brady braucht sich eigentlich nur in die Wahlliste einzutragen, um zum fünften Mal in den Kongress zu kommen. Das ist einer der Vorteile, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt. Dann macht der böse Junge die Sache mal klar. Ich wusste nicht, ob ich ziehen oder drücken soll. Hey. Wer ist der Kerl? Das war schon immer mein Traum, zu kandidieren. Sie treten gegen einen Abgeordneten an, der viermal dabei war. Wie gehen Sie das an? Wie war die Frage? Jetzt, wo ich für den Kongress kandidiere, wird man uns ganz genau überprüfen. Hat einer von euch was zu sagen, was ich wissen sollte? Ich hab Gottes Namen in der Schule missbraucht. Ist das alles? Ich war im Streichhütze und hab die Zwiege an meinem Schneede lecken lassen. Ich werde diesen Clown in der Pfeife rauchen. Wir haben viel zu tun, hab ich recht? Wie geht's? Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber wenn Sie gleich Ihre Hosen runterlassen, sind alle Ihre Angstkürtel. Ist Ihnen noch etwas Trash-Talk? Deine Mama ist wie ein Staubsauger. Sie saugt, sie bläst und dann ab in den Besenschrank. Hier, das sind echte Eier. Schluss damit! Washington D.C. ist ein einziger Schlamassel. Was heißt Schlamassel auf Hebräisch? Bologon. Donkey Kong? Wollen Sie einen heiligen Krieg, kleiner Mann? Und jetzt alle, Cam Brady 2012! Oh, verdammt, macht diese chinesischen Mönche Platz! Ich weigere mich zu verlieren und ich werde gewinnen! Dieser Karl hat Kampfgeist! Marty Huggins, was haben Sie da? Ist das eine Armbrust? Oh! Oh, Black Hawk Down! Gentlemen, wir müssen ein paar Babys küssen. Dieses Baby küsse ich! Weg da! Er hat dem Baby eine verpasst. Fragt mich denn vielleicht einer, wie es meiner Hand geht? Nach dem Schlag auf das eisenharte Kinn von diesem Baby?